Er sagt dir, mein Opa war hasch. Erstmal hasch zu sein, ist nichts Besonderes. Das ist einfach eine Säule, die du ausgeführt hast von den Säulen des Islam. Eine von fünf Säulen. Aber was meinte damit mein Opa war hasch? Er meinte damit, das ist genug. Der hat alles für uns übernommen. Durch ihn werden wir das Paradies bekommen. Und niemals darfst du dir denken, dass wenn ein besonderer Verwandter von dir religiös ist, dass du davon profitieren wirst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, nachdem Leute zu ihm gekommen sind und ihn darum gebeten haben, dass er eine Frau, die etwas getan hat, dass er ihr die Strafe erlässt, so sagte er, Ja wallahi, selbst wenn meine Tochter, welche Tochter? Fatima, radiyallahu anha, wa ardaha, wenn sie etwas tun würde, klauen würde, würde ich ihr die Hand abhacken. Was hat er uns damals gesagt? Dass das System im Islam keinen Unterschied kennt zwischen reich und arm. Zwischen Stellung und Nichtstellung. Das sehen wir aber, sehen wir das in diesen Systemen, die behaupten demokratisch und sonstiges zu sein. Sehen wir nicht Leute, die Übles an Verbrechen machen und sie bekommen gar nicht dieselben Strafen wie andere. Das sehen wir. Das ist ungerecht. So was gibt es nicht im Islam. Schaut mal diese Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wen hat er als Beispiel geprägt? Seine eigene Tochter Fatima. Wenn sie klauen würde, würde er ihr die Hand abhacken. Das heißt auch, wenn es meine Tochter wäre. Strafe ist Strafe. Und wir können nur profitieren von einer Person. Jetzt durch unseren Propheten, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Sind wir die einzigen, die von ihm gehört haben? Nein. Viele hören von ihm. Profitieren sie aber von ihm? Nein. Araber. Araber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war Araber. Die von ihm hören. Werden sie von ihm profitieren? Nein. Weil sie ihn nicht nachmachen wollen. Aber schau mal, irgendwelche, Wal-Iyadu Billah, Unrecht, ungerechte Führer, denen folgen sie. Obwohl sie sie auch nicht begegnet haben. Aber denen folgen sie. Und lernen alles über sie. Aber diese Leute bringen sie nur wohin? In das Höllenfeuer. Und Mohammed sallallahu alaihi wasallam, über ihn erlernen sie nichts. Obwohl, wenn sie seine Sunda lernen würden, würden sie es schaffen, in das Paradies hereinzukommen, liebe Geschwister.